Willkommen zurück zu FIFA 15 im Seasons Modus. Wir spielen den Premier Cup. Noch zwei Tage läuft er. So zwei Runden dürfte es wahrscheinlich noch reichen, glaube ich. Achtelfinale und los geht's. Und wie immer, spiele ich auch dieses Mal mit Real Madrid. Und damit herzlich willkommen gegen den FC Bayern München in der Allianz Arena. Oh, das hätte ich besser lösen können. Aber es geht weiter. Marcelo immer noch am Ballbesitz. Marcelo. Auf Ronaldo. Nein, Marcelo bleibt im Ballbesitz. Jetzt Ronaldo. Ronaldo mit dem Schuss. Oh. Gute Chance. Ah, da hätte er anders kommen sollen, aber Ronaldo holt ihn sich zurück. Ronaldo auf der Außenbahn. Immer noch Ronaldo. Okay, er lässt mir Freiraum. Er lässt mich gewähren. Und da ist das Ding drin. 1 zu 0. James Rodriguez. Unten läuft Ronaldo. Und Ronaldo an die Latte. Nach Schusschoss. James Rodriguez. Kriegt es gar nicht. Und Ben Simmer zu Ronaldo. Und Ronaldo schießt. Nach Schusschoss. Ben Simmer. 2 zu 0. Schön gespielt. Schön gespielt. Modric. Ab geht's nach oben. Rüber. In die Mitte. Gut gespielt. James Rodriguez. Marcelo. Wieder zu Rodriguez. Und Ben Simmer. Nach Schusschoss. James Rodriguez. 3 zu 0. Schönes Tor. Halbzeit. 3 zu 0. Würde ich mal sagen. Sieht doch gut aus. Ronaldo wieder. Ronaldo. Ronaldo. Immer noch Ronaldo. Schön ausgetrickst. Immer noch Ronaldo. Ronaldo. Kommt vorbei. Am nächsten. Der Pass kommt. Ben Simmer. 4 zu 0. Der wird den wahrscheinlich ganz oben spielen. Nein. Er geht in die Mitte. Dazwischen gegangen. Na was. Oh. Den musst du eigentlich reinmachen. 4 zu 0. Halbzeitstand. Schweinsteiger. Hat die Möglichkeit da. Ja. Läuft da. In der Mitte. Immer noch Schweinsteiger. Und vorbei am Tor. Die nächste große Chance. Aber abseits. Oh. Das ist ein Elfmeter. Ja. Das ist ein Elfmeter. In der 55. Spielminute. Elfmeter für Real. Ich würde sagen. Rechts nach oben rein. Und das Ding ist drin. Das 5 zu 0. Kommt leider nicht. Schade. Und damit ist das Spiel durch. 5 zu 0. Sauberes Spiel. Viertelfinale ruft. Und da sehen wir uns hoffentlich wieder. Und da sehen wir uns hoffentlich wieder. Ja. Ja. Haha. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020